schön 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 mal gucken kommen wir jetzt da rein muss man einmal drehen weil es sah eigentlich so aus wenn es hier weitergehen würde das sieht auch so aus weil das schaut auch so aus wenn da noch irgendwas ist mal gucken ob ich da irgendwie mich rein durchquetschen kann voll heiß ich rudere einfach hinter dem vor habe eine schöne trophäe und das war's oh die haben sich schon wieder umgedreht wir wollen weg wir wollen nichts mit denen zu tun haben auch mist also mit dem mit dem mit dem rudern hier das ist nicht so wirklich das ist nicht so schön überhaupt nicht können wir nicht schon anlegen guck mal das sieht doch so als dass könnten wir hier schon anlegen oder komm versuch's ne er will nicht ja gut dann was war das preschen wir jetzt durch kommen mit anlauf geht nicht oh oh was war das denn für ein orca mischwesen und vor allem der wird uns oh nein da muss ich jetzt bestimmt ach da ist er ich sehe nur ganz ganz ja ich sehe das sind mehrere scheiße jetzt ist natürlich die frage greifen die uns an ja nein vielleicht wissen sie auch noch nicht oder was ist los ja seid schön lieb ich mach euch nix ihr macht mir nix alles gut okay das ist gut hört sich das ich kann mit dem ding nicht drehen ne gehst du weg gehst du da unten weg bitte nicht folgen wir sind keine Robo oder sowas nein nein wir schmecken gar nicht jungs wenn ihr das versucht ne ihr werdet euch wieso steuert der denn nicht ihr werdet euch echt ärgern Hilfe boah hoffentlich ist das mit dem Bootfang gleich vorbei also das ist ja echt das ist echt sowas von beschimpft ja genau das ist es blüpp dreh 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 zwei gehen was sagen ne die machen nix die machen rein gar nix was haben wir da für ein Skelett gucken wir mal oh Jungs bleibt ruhig ne bleibt ganz ruhig ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß da ist schon vor uns jemand angekommen wir haben es geschafft boah Gott sei Dank oder müssen wir das Boot jetzt eiskalt drüber tragen ja schieben zieh so lassen wir da woher gehst du denn ah wir können hier folgen oh oh ist sie jetzt da weiter gegangen hopp hopp ach jetzt rutscht man hier auch noch hopp ja was ist mit dir ja ja meine Güte was stellt er sich denn jetzt so an nun komm du schaffst das zack jawoll einmal ein bisschen umdrehen und nochmal äußern sag mal wohin gehen wir denn eigentlich oh was bist du denn sag mal kleiner kommst du mal mit was ist mit deinem Panzer los oh ne kann ich nichts machen mit dem hm warte oh guck mal er hat den Spaß seines Lebens oh komm wir helfen ihm oder können wir gar nicht och sag mal hilfst du mal deinem Bruder ach da nimm mal hoch ja ah hier haben wir noch einen so bitteschön bitteschön da hast du deine Kinder wieder oh warte können wir das nicht von hier sehen so nach da müssen wir bitteschön ja oh sie freut sich ja wenn ich mit ihr dann zurückschwimmen das wäre schön dann müssen wir nicht selber rudern ach wir müssen hier hoch und und erst du dann hier hin können wir sofort ja wir können sofort und zack sind wir oben sag mal du bist aber ganz schön schnell unterwegs ne will ich dir mal sagen wurde er kalt erwischt beim Holz hacken oder wie oder was oder ist das eine krankart der Schneemanns was una ja 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 und ja aha okay vielen dank wir bedanken uns ja oder hat er jetzt gesagt du bist eine du bist eine hübsche oh ja ihn mag sie nicht ihn mag sie nicht tschüss tschüss was auch immer sie hier möchte alleine oh ja sie wurden aber wahrscheinlich richtig kalt erwischt können auch mal schauen uns die riesige eiswelt das eiswelt eisabschnitt hier oh da sind sie wieder oh gut dass die uns nicht angegriffen haben oder sonstiges ja kleiner was ist denn jetzt hier los muss ich jetzt wieder zurück kann ich irgendwas hier mit dem Kollegen hier machen zum beispiel ne geht nicht ihm auch nicht nein wollte er den treten ne sah nur so aus okay geht ah oh was wir hier haben eine Säge okay und wie möchtest du das jetzt okay alles klar und eins und zwei 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 uah noch ein Stück easy peasy was ah wir müssen sie mitnehmen hätten wir auch direkt rausziehen können wahrscheinlich oder damm dich haben die einen jetzt echt verarscht weißt du was wir sehen dich durch dafür dass du den kleinen durch wegschicken wolltest was sagst du jetzt ne gar nichts mehr ne ne da mach ich nicht hier den hier und eins und zwei und drei was wieso zeigst du dir nach da da ist doch nur so ein stumpf ja klicki 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 jetzt ist aber gut ne aber sie ist die erste sie ist die erste die drüber die so ne ganz komische drüber rennt drüber kriecht was auch immer sie da gemacht hat das sah aber schon komisch aus geschafft jetzt müsste eigentlich ne bank kommen das war nämlich anstrengend ne ist aber nicht eiskalt keine bank nix ne oh ja ich weiß oh oh was hat denn sie denn hier ne belagerung krieg uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ata? Okay. Ich dachte, wir könnten den Hebe jetzt benutzen. Wäre auch zu schön gewesen. Wir kommen doch da jetzt eh nicht rein. Ist doch zu. Una? Hm. Da. Da? Ja? Hä? Was zeigst du denn immer so komisch? Ah. Oh, uh. Ja, aber bei dem Hebel hat der doch nichts gemacht jetzt hier. Das ist doch das Einzige, was hier geht. Ah, okay. Das muss erstmal von Eis befreit werden. Wahrscheinlich durch so einen Aufprall oder so. Und dann schießen wir uns rüber? Oder schießen wir sie rüber? Ne, wir schießen wahrscheinlich sie rüber. Ja, mach das ruhig. Mir egal. Ja? Spann ich das hier mit auch? Ja. Uh. Natürlich, das hat die... Das wird die auch locker easy überleben. Ganz entspannt. Kann ich meinen kleinen Bruder darüber schießen? Geht das? Ich muss es sogar. Weil... Ach, sie will da oben kurbeln. Okay. Oh, das war aber schon ziemlich weit. Oh, schade. Oh, schade. Ich hätte jetzt gerne auch nochmal so eine Rutschtour gemacht. Passiert nichts? Ne. Passiert nichts. Alles gut? Oh, jetzt sind wir getrennt. Nein. Oh, nein, nein, nein. Das ist bestimmt nicht gut. Was haben wir da? Ist das was unsichtbares? Das schaut aus wie ein unsichtbarer Bigfoot? Oder was soll er darstellen? Und warum ist das unsichtbar? Und warum steht hier ein Korb? Ja, die Klappe. Oh, er hat wieder den schweren Weg, ne? Ja. Okay, wir müssen klettern. Rüberklettern. Das Vieh ist ja weg. Aber wäre eh egal. Würden wir eh nicht sehen. Aber wo ist sie jetzt? Sie kommt nicht mit. Nein. Sie, eiskalt, springt sie einfach so darüber. Ja. Ah, sie springt auch da einfach so rüber. Natürlich. Ganz klar. Ihr hättet den Baum auch so umschubsen können. Holy moly. Nee, der steht noch da. Der ist doch immer noch da. Jetzt ist er weg. Okay, wir hören. Wir machen einfach das, was sie macht. Einfach ihr hinterher. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. Jetzt wäre eine Bankrote. So, jetzt passt mal auf, was sie macht. Ah, ich dachte, sie macht jetzt wieder den krassesten Sprung der Welt. Aber das ging noch. Das ging noch. Warte. Ah, jetzt muss ich die Kamera nochmal. Wupps. So rum. Ja. Ja. Nicht nach. Nein, nein, nein. Ich will nicht dahin. Ich will. So. Alles klar. Dies. 泰 lite. Okay. So. Bye. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018